Musik Neben mir steht Geschäftsleiter Sport vom FC St. Pauli Thomas Mecklen Und neben mir Zauberkünstler Kevin Königke Sehr gut, freut mich, dass du mitmachst. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Und zwar fangen wir an mit diesen beiden Gummibänden. Okay, wenn du einmal so nett bist, die beiden zu kontrollieren. Passt. Passt, sehr gut. Jetzt, sei mal so nett, mach mal deine Daumen so. Spann nämlich eins hier zwischen. Einmal hier und einmal da. Jetzt nimmst du die Daumen noch ein. Kann man sehen? Ich nehme das, wir kraketten die Gummibänder miteinander. Kommt nicht raus, richtig? Du musst nur einmal pusten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sag dir auch, wie das geht. Das ist eine unsichtbare Tür. Eine unsichtbare Tür. Und Tür eins, zwei oder drei. Sag mal, wo soll das Gummiband durchkommen? Drei. Also Tür drei. Was ist Tür eins? Dann Tür drei. Sehr gut. Das ist besser als ich, ne? Pass auf. Achtung. Zwei, drei. Hier durch. Und Tür. Die kriegst du schon mal als Souvenir. Dankeschön. Schau sie mir nochmal an. Geht aufs Haus. Und darfst du wegstecken oder ummachen. Genau. Immer ein Andenk damit. Und ich habe perfekt zum FC St. Pauli noch etwas Spezielles mitgebracht. Und zwar einen Stift und das Logo. Und zwar möchte ich gerne etwas zeigen mit dem Logo. Das kann man nämlich nähen und falten. Das heißt, wir haben ein Paket hier. Einmal so nett sein, hier drauf unterschreiben. Ich zeig's einmal. Jetzt den Stift nochmal zumachen. Jetzt genau hinschauen, was jetzt passiert. Wir nehmen das Logo. Jetzt zauberst du ganz allein in deinen Händen. Wir zerreißen das Logo einmal längst. In zwei Hälften. Ich traue es an. Einmal quer. Vier Stücke. Vier Stücke. Jetzt nähen wir die Stücke zusammen. Und jetzt musst du einmal so eine kleine Klammer machen. So eine Fingerklammer. Du bekommst jetzt alle zusammen. Der Stift kommt zu mir. Und ich versuche jetzt mit dir zusammen, dass man das sehen kann, wieder zusammenzusetzen. Vier Stücke zu einem. Aber jetzt verdrehen wir die noch ineinander. Und dann halt. Das heißt, alles ist gleich vertauscht. Okay, das ist nochmal. Schauen wir nach, ob das wieder zusammen ist und wenn ja wie. Das ist wieder zusammen. Aber komplett verdreht. Das heißt, die zerrissenen Ecken sind außen. Die sauberen sind innen. Da ist nichts geklebt. Ist das deine Unterschrift? Ja. Zeigst du einmal in die Kamera? Das gibt es als kleinen Glücksbringer für die nächsten kommenden Spiele. Und ich danke dir sehr fürs mitmachen. Perfekt. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.